Wenn das nicht mal ein Ringman ist, weil die Demo vor vielen Sekunden Runde geladen hat, ist schon witzig, wie die Demo dann einfach auch nur so kurz ist, obwohl man ja immer nur irgendwie 10 Minuten anguckt oder nur, ich weiß es nicht. Wird das jetzt nicht auch mal ein Ringman. Movement wie ein Fünfjähriger. Alter, er stand so schön. Lall. Wie ist das? 8-0. Alter, er hat einen fucking Huntsman Knife. Und eine Vulkan. Ja, Ripskins. Ripskins. RIP. Wie die Überschrift. RIP. Das muss ich mir auch voll angucken, ey. Oh, das schöne Huntsman weg ist es. 40 Euro. Tschüss. Da liegt Molly. Nehm ihn dir. Meine Güte. Bewegt euch doch mal. Ja, jetzt könnt ihr von hinten kommen. Das ist ja der Werbe. RIP hat einen Huntsman. RIP. 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 Ist es sein Ernst? RIP. 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 L宮. RIP. Ich könnte da mal ein Strahler hinstellen, dann müsste ich hier aber alles umbauen, ey. Dann bräuchte ich noch einen Dreierverteiler. Hier, da seh ich jetzt aufgehangen beim Übersetzen? Also er hängt auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr positiv. Wir haben ja weder einen verdammten Falle televisamespot. Auch da da ist er mit einem Anti-Rip nicht da reinkommt aber. Na cool. Oh man kann da oben auch durchgucken. Also Warlag hat er auf jeden Fall. Aim hat er nicht. Wäre mal witzig wenn er noch einen Trigger hat. Tschüss Skins. Oh Gott das ist so dumm. Du musst eigentlich nur alles verkaufen vorher ne. RIP Skins. RIP. 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 Wurde geprüttet. Jetzt wird das alles neu auskommen. Das ist, glaube ich, eindeutig, oder? So, da habt ihr auch schnelle Overwatches hier. Immer hin damit. Immer. Da gucken wir doch mal, was hier so abgeht. Er braucht wieder ein bisschen, das ist aber ja normal, das kennt man ja schon, ne? Das kennt man ja schon. So, zum Eben nochmal Ripskins. So, was haben wir denn hier schönes? Ah, jetzt habe ich auch mehr FPS, und wow. Also gut, ich habe allgemein wenig FPS, aber das ist ja nichts Neues. Ne, wenn der Rekner acht, neun, acht, fast neun Jahre alt ist. Im August werden es neun, also Ende des Jahres werden es neun. Also eigentlich ist es acht. Ne? Aber jetzt rendere ich die Aufnahme per Hardware, also AMD per Grafikkarte. Ich habe zwei Stück von Habgarten. Da muss ich da nur so ein kleines Stück schreiben, dass die zweite Grafikkarte als Render-Device ausgenommen wird. Oh, da ist jemand, Warleg. Ähm. Das ist echt eigentlich die flugige Idee. Gut, aufgrund der neuesten CPU-Leistung macht das keinen Sinn, aber bei mir macht das Sinn. Wenn man so eine Grafikkarte für den Fuffi kriegt, nimmt man das schon mal mit. Den verarsch, ey. Oh Gott. Ja, du komm. Ich habe hier 160... Alter, FPS. Rain. Boah. Ist das jetzt schon öde, ne? Ich krieg jetzt schon Langeweile. Ich muss hier gleich mal eine Lampe hochschieben. Wenn ich da in der Ecke eine Lampe habe, über der Kameran, mich anleuchtet, dann muss ich das rüberschieben. Ja, natürlich. Da muss ich mal einen Rechner, wenn man starten. Na, direkt wo es in meinem Rechner hängt. Ich mach das. Hab ich da noch einen Slot frei? Ne, ne? Ne, ich glaub... Ich glaub so nicht. Ach, ich muss gleich mal gucken. Dass das Licht automatisch angeht, wenn ich den Rechner starte, wie mit meinem Monitor und dem Rest. Und meine allgemeine Beleuchtung. Ach, ja. Aua. Können wir ja schon mal... Hoffen wir, dass er jetzt nochmal wann hier kommt, ne? Mh, 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 da, 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 da. Halt ja auch direkt in die Fray, ey. Die Gegner haben ein Bewegung, wie so ein 5-Jähriger. Oh, was war da denn los? Alter, wenn er bei 12.000 nur mit der Diegel rumläuft. Ja. Ah, da muss noch jemand den Aim-Kill. Merkt man richtig. Er trifft nicht. Dabei macht ihm auch so einen Tracing-Gegner richtig schön. Ja. Mach hier nochmal deine paar Kills da. Ist ja jetzt vorbei. Genau. Der ist die One-Man-Army, Alter. Er ist einfach der beste Spieler. Cool. Könnte jetzt auch schon vorbei sein. Joa, Aim-Yo. Joa. Da hat er definitiv nichts mit zu tun. Der hackt trotzdem. Ah, ist das schön. Das wird jetzt mal eindeutig ein Wingman. Wird er die Demo da von einer Sekunde runtergeladen? Was? Wollt ihr jetzt da da oben ein Wingman hinschreiben, oder? Alter, die war so schnell fertig. Oder ist das nur so 5 Minuten? Es ist offensichtlich. Eigentlich haben wir ihn schon wack gewandt. Aber es bleibt nur noch. Joa. Ist ja gut. Man sieht es halt schon. Man sieht es da auch schon. Die Nummer 6 läuft rückwärts. Die Nummer 6 ist in dem Fall der gute alte Sonar. Die Nummer 0 läuft auch rückwärts. Da wird zufrieden auch angehackt. Die ganzen Free Accounts, ey. Flushbank. Was stimmt denn mit den Leuten? Der Typ Volner, der hat erstmal ein fucking Nein. Ne Huntsman. Ne Vulkan. Oh, er dreht sich wild im Kreis essen. Er hält vom Erdwehrfelder. Oh, jetzt gehts los. Jetzt ist das Overwatch eigentlich schon für mich beendet. Geht aus. Da kommt es doch nicht an. Da hast du einen richtig guten Hack. Dass das auch nicht automatisch auffällt. Dass die nicht einfach sofort weggeballert werden. Ich kriege jeden Tag diese Nachricht. Hier, hey. Ist wieder jemand gebannt worden. Hey. Das wollte ich gar nicht aufrufen. Ich wollte... Ah, dass das nicht erkannt wird. Die Leute... Oh, Alter. Das ist echt unnormal. So, nicht damit.